Sehr geehrte Damen und Herren, willkommen zu unserem Online-Konzert auf dem Bösendorfer Stadtsalon in Wien. Ladies and Gentlemen, welcome to our Online-Konzert from the Bösendorfer Salon in the center of Vienna. Es ist heute Abend eine Freude für Sie zu musizieren in einem Advent-Konzert. Ich heiße Adela Liculescu, ich bin Pianistin und zusammen mit meiner Partnerin, Musikpartnerin Rusanda Panfili an der Geige werden wir ein Konzert für Sie gestalten. Wir sind sehr glücklich, diesen Konzert für Sie zu performen. Es ist ein pre-Christmas-Konzert, also wir sind sehr glücklich, dass es möglich ist, zu machen, Musik für Sie zu machen. Mein Name ist Rusanda Panfili. Ich spiele den Violin und zusammen mit Adela Liculescu wir Ihnen ein sehr spezielles Konzert Wir werden für Sie die Sonate für Violine und Klavier von César Frank interpretieren und danach haben wir ein Programm von kurzen Stücken zusammengestellt. Wir werden drei alte Wiener Lieder von Fritz Kreisler interpretieren, nämlich Schöneros Rosmarin, Liebesleid und Liebesfreude und dann werden wir drei Tangos von Astor Piazzolla spielen, La Muerte den Angel, Vuelvo Assur und Lieber Tango und zum Schluss werden wir Cerdas von Monti spielen. Wir werden die Frank Sonata für Violin und Piazzolla spielen, für Sie. Nachdem wir die drei Wiener Lieder von Fritz Kreisler spielen, Schöneros Rosmarin, Liebesleid und Liebesfreude. Nachdem wir die drei sehr известige Spiele von Astor Piazzolla spielen, wir beginnen mit La Muerte den Angel, folgen von Vuelvo Assur und Lieber Tango. Und in the end, almost like an encore, we are going to perform the very famous Cerdasch by Vittorio Monti. Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen! Have fun! ... ... ... Amen. 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 Amen.